So, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich freue mich darauf, Roy Clément begrüßen zu dürfen. Er wird jetzt hier per Zoom zugeschaltet werden. So, hello Roy, I hope I didn't violated the French language while I was in your last name. No, it's okay. Thank you for being here. Thank you, thank you. So, I'm Clément Roir in Paris. I wanted to attend the festival and thank you for its great moment. Okay, Roy is in Paris and he is happy to be here in the room in Bayern. Gibt es Fragen im Publikum? So, are there questions from the audience? Okay, so far I didn't see any in the audience, but online I saw some. So, first of all, did you paint the pictures yourself? Yes. And if you did, how long did it take? Oh. Let me translate it in German, sorry. Okay, also die Frage war, ob er die Bilder selber gemalt hat, die jetzt in dem Film vorkamen, und wie lange es gedauert hat. So, continue. In average, a painting takes me 20 minutes, half an hour, but I'm happy if I can do three paintings by afternoon. Okay, also es dauert normalerweise so 20 bis 30 Minuten für ihn, so ein Bild fertig zu machen, aber meistens schafft er nur so drei Bilder an einem Nachmittag, oder er versucht drei Bilder an einem Nachmittag dann zu malen. Okay, also die Frage war, ob er sein Leben lang schon solche Figuren gezeichnet hat. So, Roy, tell us, did you always drew all these ladies? No, I started doing one cartoon per year, but at the beginning I was doing a cartoon for kids, but I was fed up doing for kids, so since four years, more adults. Okay, also er hat angefangen erstmal mit dem Malen mit Cartoons, und seit vier Jahren hat er angefangen, halt Frauen zu zeichnen, beziehungsweise eher erwachsenere Bilder zu zeichnen. Okay, also die Frage ist, ob er nur eine Frau zeichnet, oder ob es verschiedene Frauen sind. So, the question is, whether you're drawing one lady in particular, or multiple ladies? It's multiple, because it's hard for a woman to be my muse. Full-time. Ah, okay, also es sind verschiedene Frauen, weil eine Frau sagt meistens nicht für eine längere Zeit seine Muse. Okay, ähm. Oh, okay, ja. Okay, also die Frage war, ob die Zusammenstellung der Bilder in einer bestimmten Reihenfolge war, ob eine bestimmte Geschichte damit erzählt werden sollte, oder, ja genau, das war die Frage. Okay, so the question was, whether there is an idea behind the orderings of the painting, paintings, or whether you want to tell a story, or whether they are just, uh, whether you just put them random? Uh, it's not exactly random. It's not exactly random. I paint during, uh, eleven months, and the twelve months, I, I decide, uh, about the order. Okay, also es ist nicht komplett zufällig, wie die Bilder, äh, geordnet sind. Er meint meistens so für elf Monate und im zwölften Monat entscheidet er sich dafür dann, äh, wie die Bilder, also welche Reihenfolge es sein soll. Gibt es noch Fragen hier im Publikum? Ja, hier vorne direkt. Okay, also die Frage war, warum, oder, ja, warum die Frauen so ein breites Lächeln haben. So the question was, why are the women in your paintings are, like, smiling so much, like, so heartfelt? Uh, well, um, I, I, I really, uh, started to have my cartoon scene in festivals, starting that I put, uh, only joy in, uh, in the, in the cartoon. So no monsters, no weapons, uh. Ah, so basically you want to express joy, right? Yes. In your, uh, okay. Love and joy, yeah. Yeah? Yeah, love and joy, yeah. Ja, okay. Also, er versucht mit seinen Bildern vor allem halt, ähm, Freude auszudrücken und nicht so, äh, ja, traurige Bilder zu nehmen. Ben, gibt es noch Fragen im Publikum? Ich sehe keine. So, Roy, thank you for being here, uh, for taking your time. Thank you too. Thank you very much. Greetings to Paris. Thank you. Um. Yeah, bye. Goodbye, thank you very much. Bye, Zelma. Bye, Zelma. Ah. 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 Oh. Oh, Cristela. Oh, this is crazy. Yeah. As you can see, people love your movie. Oh, yeah, thanks. And, um, I would also like to direct you now to our, uh, stream. Oh, yeah, yeah. Because online there are some questions that, uh, didn't get answered. So, if you can answer them in the chat. Yeah, yeah. It would be so nice. Okay, I'll do it now. Oh, yeah, yeah. Thank you, then. Oh, you're welcome. Thank you, Cristela. Thank you a lot. Hopefully see you again next year. Yeah, thanks. I hope too. Okay, then have fun. Thanks. Bye. Bye. Bye.